Hallo und herzlich willkommen. Ihr wolltet Handel, ihr kriegt Handel. Also lasst uns über Handel reden. Handel bei den Germanen. Grundsätzlich ist es so, wir haben natürlich ganz viele lokale und regionale Märkte, auf denen Dinge verhandelt werden, die der oder die Germanen, der Germane unbedingt gebraucht hat. Aber was manchmal ganz gerne runterfällt, auch in so der Vorstellung ist, dass es große regionale oder überregionale Märkte gab, in denen verschiedene Dinge verhandelt worden sind, auch über sehr, sehr weite Strecken. Was für Gegenstände, was für Waren das alles waren, das erzähle ich euch gleich. Und dann erzähle ich euch auch, was das hier war. Die meisten Dinge oder Gegenstände, die in germanischen Siedlungen benötigt wurden, wurden auch in diesen germanischen Siedlungen hergestellt. Ob das jetzt Lebensmittel waren, nehmen wir Milch, nehmen wir Fleisch, nehmen wir Honig zum Beispiel, wurden in diesen germanischen Siedlungen hergestellt. Auch Werkzeug wurde dort hergestellt, meistens im Hauswerk. Es gab aber ein paar Sachen, die wurden in der germanischen Siedlung hergestellt und dann auf lokalen Märkten weiter verhandelt. Und ein Beispiel dafür ist Salz. Die Salzherstellung lief meistens dadurch, dass man diese salzhaltige Sohle genommen hat und in solchen Salzsiedegefäßen gekocht hat, bis das Wasser weg war und das Salz zurückgeblieben ist. Und das sind zum Beispiel Dinge, die lokal verhandelt worden sind. Und jetzt schauen wir uns Sachen an, die regional oder überregional verhandelt wurden. Bernstein. Bernstein gehörte in Europa zu den begehrtesten Handelsgütern aus der Germania. Bernstein wurde vor allem an der Ostsee, aber auch an der Nordsee gewonnen und wurde dann als Rohbernstein bis ins Römische Reich verhandelt, aber natürlich auch in der Germania selber benutzt. Verschiedene Schmuckgegenstände, aber auch zum Beispiel Spinnenwirtel wurden aus Bernstein hergestellt. Ein Produkt, das fast ausschließlich für den römischen Markt produziert worden ist, war Blei. Bleibarren wurden vor allem im Sauerland abgebaut und dann ins Römische Reich verhandelt, weil die Römer einen sehr großen Bedarf an Blei hatten, zum Beispiel für die Bleirohre. In der Germania selber war der Bedarf fast gar nicht da. So, wir sind wieder hier bei unserem unbekannten Objekt. Ihr hattet jetzt ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, was das gewesen sein könnte. Ich gebe euch jetzt nochmal zwei Sekunden. Okay. Und? Es ist ein Schlackeblock. Und zwar kommt dieser Schlackeblock aus einem Rennfeuerofen. Alles klar. Okay, stopp. Bevor ihr jetzt zu Wikipedia-Rent und Rennfeuerofen nachschaut, erkläre ich euch ganz kurz, wie ein Rennfeuerofen funktioniert. Also, man gräbt an der Grube und baut darüber einen Schacht aus Ton auf. Den füllt man abwechselnd mit Holzkohle und Roheisen. Dann zündet man das an. Und durch die Hitze trennt sich die Schlacke vom Eisenkern. Die Schlacke braucht man nicht, die fließt nach unten weg oder die rinnt nach unten weg, deswegen Rennfeuerofen. Während der Eisenkern oben aufschwimmt, den holt man sich und den kann man dann weiter verhandeln. Die Sache ist jetzt, wo der da herkommt, da kommen etwa 6.000 weitere her. Denn im Heiligkreuzgebirge in Polen wurden bis zu 6.000 Standorte von solchen Rennfeuerofen auf ganz engem Raum gefunden. Und da sprechen wir also nicht mehr von irgendwelchem Hauswerk, das man nur für das eigene Haus oder für das eigene Dorf produziert hat, sondern hier wurde massiv für den Export produziert. In der Vitrine haben wir auch was ganz Spannendes. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein ganz normaler Depotfund oder wie ein Schatzfund. Und das ist auch nicht ganz falsch. 1911 wurde dieses ganze Depot zusammengefunden. Aber warum haben wir das jetzt im Bereich Handel oder Handwerk ausgestellt? Naja, es ist so, man hat da zwar fertige Gürtelschnallen, aber wir haben auch Heilprodukte. Das bedeutet, das sind Produkte, die nicht ganz fertig sind. Und das ist immer so ein Hinweis darauf, dass man ein Händler war oder ein Handwerker, der Dinge weiter bearbeiten wollte oder weiter verhandeln wollte. Warum dieser Fund jetzt in den Boden gekommen ist, das kann man nur spekulieren und das wollen wir jetzt auch gar nicht. Wir können das Thema germanische Ökonomie nicht abhandeln, ohne über eines der lukrativsten Geschäftsfelder zu sprechen. Und das ist der Sklavenhandel. Angehörige von unterlegenen Stämmen wurden im Kriegsfall häufig zu Sklaven gemacht und weiterverhandelt oder weiterverkauft. Und das macht in dem Moment auch keinen Unterschied, ob das jetzt unterlegene anderer Stämme waren oder ob das jetzt römische Kriegsgefangene waren. Die germanische Ökonomie ist also nicht zu denken, ohne den lukrativen Sklavenhandel. So, das war unser kleines Video zum Thema Handel bei den Germanen. Vielen Dank, dass ihr bis hier durchgehalten habt. Wir haben als Rückmeldung bekommen, dass wir doch uns über das Thema Kult und Religion und vor allem, was Thor, Odin und die ganzen anderen damit zu tun haben, damit sie uns beschäftigen sollen. Deswegen bieten wir euch jetzt zwei Themen an. Das eine Thema wäre das letzte Mal, also Krieg, wo ihr ja auch die eine Vitrine hier drüben schon seht. Und das andere Thema Kult und Religion. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es, liked es. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir uns entweder mit Krieg oder mit Kult und Religion beschäftigen. Dankeschön.